Komm, wir spielen die Arno's Battlegrounds. Wir sind alles in Marse, in Marse, in Marse! Moin! Und den überreinigen Luftbasen! Marse, in Marse! Malzeit! So, jetzt aber. Können Küstenstraße probieren, ne? Von gestern. Ja, jetzt. Ja, dann. Küstenstraße? Küstenstraße ganz lang, nach Süden. Achso, hier. Okay. Dann gucken, dass wir ein Auto kriegen. Ja, dann machen wir. Raus. Auto oder Platz liegen? Ja, raus! Die Straße lang. Ganz an der Küste entlang. Dann sind wir mal im Boot oder ein Auto. Boot oder ein Auto, ja. Ganz in den Hallen. Mensch, die Taktik kenn ich doch gar nicht. Wollte ich eben auch machen, aber ihr habt euch ja entschieden weiter zu fliegen. Und da war ich ja wieder alleine. Hä? Nein, da warst du nicht... Da warst ein... Ah, mit jemand anderem. Achso. Achso. Ich sehe kein Boot. Doch, ein Boot sehe ich, aber am falschen Haus. Boah, da sind zwei Boote sogar. Echt? Ja. Wird da hin drehen? Ja, ich stehe auch. Ja, aber leider, leider ist da, da ist jemand, ne? Ja. An den Zuhörhäusern gelandet. Da sind zwei. Fliegen jede Menge, ja. Was meinst du, die uns begrüßen? Seid ihr in der Nähe von dem Boot? Oder lauft am Strand? Ja, ich bin direkt hinter dir. Ja, dann. Müller, geht zum Strand. Ja, der rennt zum Boot, aber wir sollten schneller sein. Wer läuft in welche Richtung? Welche Richtung? Der eine läuft in unsere Richtung. Will er, du geh an den Strand oder komm hierher? Am Strand. Zwei laufen Richtung den anderen Häusern mit Blöcken da hinten. Wo wir erst hinwollten. Ja, der eine ist wieder abgedreht, der erst zum Boden ist. Ja, ich bin gleich am Boot. Ja, ich bin hinter dir, ich bring jetzt ins Wasser. Ich bin hinter Luftwasser. Dreh jetzt direkt. Ja, ich bin auch schon bei dir, ich kann gleich einsteigen. Okay. Vorsicht. Wenn der Manöver. Wenn der Manöver. Wenn der Manöver. So, jetzt kommt rein, kommt rein, kommt rein. Bleib stehen, bleib stehen. Go, 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 go. Ich geh faff, 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 faff. Jupp. Okay. Wir haben einen verdammt weiten Weg. Oh ne, oder? Da brauchen wir nicht hinfahren. Sollen wir da nach Zaki oben hin? Ja, komm mal, Zaki. Das ist Verni. Das ist Verni. Das ist Verni. Der ist soweit, bis du da hin bist, da sind alle anderen schon dreimal hingerannt. Das ist soweit. Ja, ja, ja. Nach. Na gut, Zaki. Zakkaki da. Ja. Ja, da hat er wieder, der Plan wunderbar funktioniert. Ja, dann kam das Spiel, oder? Ja. Und hat direkt gesagt, haha. Drei Idioten in einem Boot zum Arsch der Welt, bitteschön. Ach du Scheiße, das ist da ganz hinten rum. Mhm. Meine Fresse. Schön die Landschaft, ne? So ne Seefahrt. Ja. Ja. Ja, aber auf jeden Fall sind wir da irgendwo im Kreis. Hast du Kotztypen recht? Nee. Irgendwie ist das so umdicht. Hier wird immer wieder Wasser in den Fußraum. Möchte ich mal dem Käpt'n kurz anmerken. Das ist doch nicht mein Boot, haben wir doch gar nicht geklaut. Hahaha. Vielleicht kann man ja hier vorher auch irgendwo anlanden, wo man hochkommt. Dieser Weg da um die ganze Nase rum ist verdammt weit. Guck mal, da sind direkt auch vorne ein paar Häuser. Ja. Hier, vor dem Stein da irgendwo. Komm mal hier irgendwo hoch. Gute Frage. Muss man an den Rand fahren. Guck mal nicht. Hier rechts von uns. Hier, da. Da kommt man hoch. Man kommt da irgendwie hoch. Ich sage, man kommt da hoch. Landen. 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 Ach du Scheiße. So. Du hättest vielleicht sagen sollen, was machen wir jetzt, wenn wir nicht hochkommen? Dann schwimmen wir um die halbe Insel rum. Wir kommen da hoch. Sag ich. Oder hoch. Billa. Hier, ihr Gurken. Hier, 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 hier. Billa. Ich komm nicht hoch. Haha, Milla. Auto. Aha, lasst euch mal erschießen. Nee. Ist weg. So, ich geh mal da rein. Buff, Buff tot. Nee doch nicht. Wenn uns jetzt jemand erschossen hätte, der den Sprachjet angemacht hat und gesagt, wo du bist. Wo ich bin. Ne, wo der Miller ist, weil er uns ausgelacht hat, von wegen, lasst euch erschießen. Das ist ja ne Frechheit. Ja. Ich hab schon mal ne Weste. Ich hab nen Hut und ne Pistole zumindest. Hut und ne Pistole. Hier ist ja nur ein Schluckwerk. Scheißhaus, oder? Hat er nur die Tage drüber. Ne, das sind alles so kleine Misthäuser. Ein doppischer Geschoss, wo du grad bist. Hey, hier ist ne Knifte. Oh, nee. Tür auf. Ich brauch nen Rucksack. Arsch, hab nen Rucksack. Komm mal, Alter. Das ist mir ja nix. Hab ne M16. Oh, hier steht ein Auto, rechts von uns im Süden. In der Straße. Perfekt. Ja, ich hab nur noch ein paar Räume, dann bin ich hier eben im Haus durch. Der Kreis ist ja nicht weit weg, von daher. Ja, ja. Wer denn, jetzt hier ist ne Schrotflinte bei mir im Haus, Miller. Ja, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Ja, ich sag nur, Schrotflinte, Rucksack ist hier. Boah. Hab ich beides? Ja, ich mein nur. Für, wer keinen hat, ne. Der könnte hier mal reingucken. So, ich hab keinen Helm. Wenn ihr nen Helm findet, dann wär ich sehr froh. Ich hab nur nen Mithorradhelm. Aber wir sollten vielleicht ein Stückchen nach Norden gehen. Wenn wir da noch ein bisschen looten wollen. Können wir jetzt mal hin. Nach Norden? Ja, da ist ja die Stadt, wo wir eigentlich hinwollen. Ah, okay. Wo ist das Auto? Miller? Süden war das. Süden. Süden. Ach, da ganz hinten. Können wir das holen? Miller ist am nächsten. Ich renne schon, ich renne schon. Ja, okay. Ich hab jetzt ne Ska. Da willst du noch einrennen nach Tsaki? Sollen wir nicht woanders hin? Können wir nur wieder umdrehen. Ja. Komm, zum Meer da, dann fahr ich da hin. Ja? Bin gleich, bin schon wieder an der Straße. Okay, dann hol ich euch da gleich ab. Wir fahren nach, hier, wie hieß das Ding? Hier, Severinitska da. Oder hier auf dem Feld. Im Kreis ist da noch was. So, ich guck noch grade in die Hütte. Hier noch was liegt. Vielleicht kann ich hier noch was mitbringen. Oder einsacken. Granate. Bei mir liegt. Schauen wir M16 rum. Sehr schön. Wollt ihr die Muni? Kannst du mir mitnehmen. Die Muni könnte ich auch genau brauchen. Visier brauche ich auch, brauchen wir alle. So, ich komme quer durch den Wald. Wenn ein Beziehkanister findet. Ne, brauchen wir nicht. Die Karre ist voll. Ist da der letzte Haus? Matthias. Ja. Wir sind gerade noch in den Container. Meinten, da liegt was. Ist hier noch irgendwo was? Also ich habe hier jetzt nichts mehr gefunden. Container habe ich schon reingeguckt. Zweier Rucksack. Das war ja Helm. Ist also nichts. Da oben war ich noch da. War der Miller. Oder? Wart wo? Hast du dich da oben auf den Containern? Ne. In den Containern war ich nicht oben. Da war ich aber jetzt. Hat sich gelohnt. Kann ich nur sagen. So. Bitte einsteigen. Halt. Wie halt. Huch. Ich habe gesagt Abfahrt. Ich habe gesagt Abfahrt. Ich denke mal. Das ist aber etwas gegensätzlich. Halt Abfahrt. Ja okay. So hier ist noch eine Scheune. Wenn wir hier ein bisschen rechts fahren. Ein bisschen außerhalb. Ah dieses Ding da mit dem. Mit dem Turm da. Mit dem Wasserturm da. Ja. Ist mittendrin. Sollen wir hin? Ja klar. Probier mal. Schauen wir mal. Sieht ziemlich groß aus sogar. Hö. Langsam. Langsam. Ja ist aber glaube ich nur ein Haus. Alex. So ein Turm nochmal so links da. Ja. Genau. Weiß drauf. Wenn man da ist, ist was da. Nimm halt mit. Wenn wir schon hier sind. Ja klar. Da steht ein Auto. Weg. Weg 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 ja. Wohin jetzt? Weiterfahren würde ich sagen. Ja. Straße weiter. Wir können noch. Wir könnten hinten auf den Berg fahren. Ich komm nicht hoch hier. Auf dem Berg im Osten. Da oben in der Ruine. Da liegt auch immer irgendwas. Und da liegt mit einem Kreis drin. Da kommst du nur mit dem Auto hin halt. Okay. Dach her. Oh. Oder zu den Häusern da. Können wir auch noch fahren. Wir nehmen da die paar kleinen Dinger. Die haben wir ja schnell geslutet. Ja. Stuncar Racer. Ja. Und der Driftmeister. Die Hütte ist offen. Die Hütte ist auch offen. Und zurück zur Ruine. So. Nein, nein. Ich meine offen von wegen... in der Hütte. Die Türen... Die sind offen. Da gibt es keine Türen. Werden wir nur gerade? So. Zack. Okay. Äpp. Geh in den blöden Turm rein. Einmal drumherum hier ran. Sehr gut. Clever gemacht. Helm. Ähm. Ein Mantel und eine zweier Weste. Also eine Einer Weste liegt jetzt hier im Turm drin unten. Wenn einer haben will. Ja. Ich habe schon eine zweier Weste. Okay. Sonst liegt hier nichts. Nee. Ich brauche sie. Ich komme gleich zu dir. Ja. Hol sie. Okay. Oh. Dreier Rucksack. Kann einer mal einen zweier Rucksack haben? Wenn einer will. Ich habe einen zweier Rucksack. Wow. Dreier Rucksack. Nicht schlecht. Hier war schon einer drin. Scheiße. Hep. Geh in das blaue Häuschen nebenan. Jetzt springt mir fast auf die Nuss. Hehehe. Ey. Das hast du mir beigebracht. Du sagst dir immer es geht schneller. Ja. Es geht auch schneller. Hier liegt eine S12 für die automatisch Rotflinte. Komm. Ich tausche aus. Okay. Ich habe auch nicht. Fachvisier. Oh. Hey nice. Ähm. Zack. Oh. Ähm. Das war es dann. Nur hier. So. Hier ist nichts klar. Ja. 9mm. Das war es hier. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Ne. Zack. Ich komme. Zack. Oh je. Wohin? Wohin? Ich würde weiterfahren Richtung Survehr. Nee oder? Und hinter Survehr sind die sind doch diese Riemen. Wo du meinst? Oder? Ja. Wir sind. Ja. Die sind jetzt hier direkt ein bisschen rechts. Berg hoch. Oben. Auf dem Berg. Da sind wir ja. Dann fahr hin. Komm mal rein. Hier. 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 Hier kommen noch ein paar Häuser jetzt vor uns. Nicht der Toilettenhäuschen. Nur noch ein Stück weiter. Gehen wir zu dritt rein. Laufen. Stuhlpapier mitnehmen. Seht ihr eure Türen offen? Die Türen sind zu? Ich fahr jetzt weiter. Ich fahr jetzt drumherum. Zu. Alles zu. Alles zu. Raus hier. Ausschwärmen. Ich geh in die kleine Scheiße rein. Da will ich keine rein. Da war nix. Na gut. Deswegen geh ich da jetzt gar nicht rein. Ich komm hier auch in das große Haus, will er? Nicht mich hier schießen. Nothing. Du mal nach oben. Einser Rucksack. Nix. War nix drin in der Hütte. Oh, ein Helm. Hier ist auch schon schon gut. Ne, ne, her damit. Helm wieder her. Ich hab ein Magazin, Schnellwechselmagazin für die AR. Kann ich gebrauchen. Äh, ist der doof. Verarsch und so. Oh, ich hab ein 8-fach-Sucher. Ich hab ein Vertikalgriff. 8-fach-Sucher hab ich auch. Scheiß Dreck. Komm, wenn du das Scharfschutz in die Welt zu. Da geht der Miller gar nicht rein. Will ich nur ein M16 ohne Muni? Ah, ne, mit Muni. Hier ist noch ein bisschen Muni. Ach Miller, verschreck mich doch. Oh, ein Ding Muni. Gibt's das? Oh, erste Hilfe. Echt? Er hat mich schon geklaut. Naja, weil du mir in mein Haus mir hier einen Schrecken einjagst. Rotpunktvisier. Ja, wenn du eins übrig hast, ich brauch ich da. Ich hab nur 8-fach. Ja, 8-fach hab ich auch, ne. Ein normales Rotpunkt oder so. Ja, hab ich auch noch eins. Entschuldigung. Okay. Aber du hättest eins liegen gehabt. Ne. Ach komm, wir fahren da hoch. Wie sieht's denn aus im Kreis? Das ist gut. Komm, wir fahren da hoch. Da liegt Loot, da liegt Loot. Und da ist keiner. Die Idee ist keiner gekommen. Nein, nein. Nein, nein. Oben gleich 10 Trupps. Ja. Einsteigen. So, wo hin geht die Reise? Hier der Berg hoch. Ist doch ganz einfach. Hier wirklich schielst du dann lang in die Straße. Da kommt sogar ein Loot-Ding runter. Sehr gut, siehst du. Da ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer, dass jemand da ist. Wollst du jetzt zum Skistand fahren? Ja, ne, auf den Berg hier hoch wollte ich. Ach, das ist der Skistand, stimmt. Ja, das ist der Skistand, ja. Das ist doch hier der Skistand. Genau. War gar nicht so weit. Hier, Skistand ist auch hier unten. Kann man auch looten, übrigens. Hab ich gesehen. Bunker? Ja, ich geh runter. Oh, Entschuldigung. Hupsah. Nur alleine zum Buchen, das ist immer alle. Ich komm nicht raus. Geh einer da runter, wär ganz gut. Ja, dumm. Ich bin runter. Okay, dann geh ich nach oben. Die Dorn. Herz, Mittel. Aufpassen, ne. Schießstand, böse Waffen. Meist sehr viele. Sender. Haus, Tür zu. Tür zu. Ich seh auch bis jetzt keine Bewegung hier. Gehen wir weiter. Bin im Haus drinne. Normaler Helm, Magazin für Pistole. Hier liegt ne Karte. Ne, ne, ist keine Karte. Entschuldigung. Einser Weste, Scheißdreck, Scheißdreck. Wow. Erstes Medipack, was ich gefunden hab. Erste Medipack. Ich hab Schuss gehört. Ich hab Schüsse. Gehört, ich auch. Und wo? Südwesten, Süden. Äh, Südosten. Süden. So in dem Bereich. Hinter dem Berg müsste es sein. Ich hab noch ein Vierfach-Sucher für euch. Ja. Vierfach-Sucher ist sehr gut. Ich such grad mit dem Acht-Verschucher den Berg ab. Ich seh nix. Okay. Zeug hoch. Muni. Liegt überall Zeug. An den ganzen Tischen und so weiter. An den Fässern und so weiter. Kannst du an und für sich... Du siehst nix von oben? Ich seh nix. Ich seh keine Gegner. Können sie ballern? Ja. War schon jemand? Zack. Danke sie ja. Zack. Also Muni hab ich hier schon wieder gefunden. Renn nach vorne. Ja, oben auf dem Berg ist Geballer. Ich bin ja hier völlig... Immer noch ein scheiß Rotpunkt-Visier, ne? Ich auch. Müller hat doch gesagt, wir hatten Vierfach gefunden. Ja. Ich hab noch ne AK. Ich schmeiß die S12 weg. Ja, ich hab auch ne AK grad genommen. Das hat sich jetzt näher angehört. Ja. AK hab ich. Von an den Tischen warst du schon auf der Seite, ne? Ja, auf vierer Seite war ich. Hier liegt ne... 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 ein Zweier Rucksack, aufasse. Ja, ich hab ne Dreier. Dreier habt ihr? Mhm. Wow. Gar nicht verwirrte Saubande. Dafür habe ich sonst alles. Einser, Einser Weste, Einser Helm. Na, 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 na. Hat einer ein Scharfschützengewehr zufällig? Nee, ne? Nein. Bin ich auch auf der Suche gerade nach. Normalerweise liegt hier immer eine. Hier liegt noch eine AK in der Ecke. Von P. Das Geballer kann bestimmt von dem Airdrop da hinten. Das kann sein. Stimmt. Hilfe. Ah, sehr gut. Ich bin draußen. Nochmal. Oh, ach. Eine Tonne Muni für die AK. Hier liegt noch eine UMP. Will ihr eine UMP haben? Ich brauche einen scheiß Rotpunktvisier oder so. Noch einen Vierfachsucher für euch? Noch einen, ja, super. Du selber hast auch einen? Ja, sicher. Müller, wo bist du denn? Wohin drin? Ach, da hinten. Da bist du rumgerannt? Da hast du einen gefunden. Gibt es da gar nicht. Ja. Guck dir an. Eine Latrine. Eine Latrine ist auch nichts. Geh wieder zurück ins Häuschen, oder? Oh, da ist ein Rotpunktvisier. Eine S12K liegt hier noch rum. Ja, die habe ich weggeschmissen eben. So. Ich komme wieder zurück. Geht auch alles auf den Sandsäcken überall noch loot. Und unten im Bunker war nix, Miller. Naja, nix besonderes. Nur ein bisschen Heilzeug. Komm hier rein in die Hütte. Ich mache es dir mal vierfach raus, ne? Bitteschön. Dankeschön. Super. Vierfach. Da oben drauf. Zack. Äh, Scharfschützen. Wir brauchen einen Griff hier. So einen, äh, Vertikalgriff. Schmeiß ich raus. Liegt hier. Gut. Raus, raus. Kompensator hast du nicht, ne? Ne. Scharfschützenkompensator habe ich leider nur. Brauche ich selber nur einen. Okay, wo geht die Reise hin? Och, wir müssen los. Gleich. Oh, ja. Aber der Rest muss auch los. So, wo sind die denn, die Typen? Ähm. Moment mal. An für sich kann man hier mal durchladen. Hier. Beste aufpassen, der neben mir rennt, ne? Ja. Ja, ich guck gerade hier mal bei den Autos, ob da noch was liegt. Guck den Berg hoch. Seht da nix. Hört immer Wall an. Ja. Da bannst du die ganze Zeit schon richtig übel. Eine Minute noch. Ah, haben wir ja noch Zeit. Und wir haben ein Auto vor der Tür. Jo, zu looten gibt's nix mehr, ne? Ja. Ja, aber warum sollen wir uns jetzt mit dem Auto Bewegung setzen? Krach machen? Ja, ich würde jetzt vielleicht auch nicht direkt dann über den Berg fahren wollen, vielleicht, ne? Ja gut, dann hauen wir ab, komm. Warte, bei dem Geballer, was da rüberkommt. Okay, dann komm ich raus. Raus, raus, raus. Ja, das Knall ist nicht so richtig schön. Vor allem, es hört nicht auf, ne? Da steht noch ein Auto, ist das unser Auto, oder ist das ein neues Auto? Ne, das stand da schon, das stand da schon. Das stand da schon. Ein frisches. Ja. Da ist doch noch ne, ja genau, gehen wir auf Klo, gucken, ob da noch was ist. Da steht doch ein Red Bull. Ja, fantastico. Dann sind wir in die Tür auf, sind wir dort, ne? Ne, nix. Sag mal. Den Typen da oben würde ich auch gerne eine, eine verballern. Der Misthund. Okay, zack. Ja, nix. Du brauchst noch einen Vierversucher auf Wasser. Ja. Machst du dir raus? Außen. Na schön, danke schön. Okay, so, okay. Einsteigen. Sack. Guck in die Kiste. Dann fahr ich jetzt ein bisschen nach, äh, nach, ähm. Ruine, ne? Ne, warte mal. Na, Norden, Süden, Westen. Nach Westen fahr ich jetzt. Nach Westen, ja. Westen, und ich hab mir einen Punkt gesetzt, und an dem Punkt biete ich dann hart ab Richtung Süden. So, ich hab mir gedacht, ähm. Ach, scheiße, kann ich nicht sehen. Seht ihr gleich. Echt, tut mir leid. War erst mal so, so wie wir gekommen sind. Ja, so ungefähr. Aber hier ein bisschen zwischen den Bäumen und so. Auch nicht gegen den Baum. Ah. Na, weißt du. Die Hütten, da gehen wir nicht hin. Macht das nicht so wie unseren anderen Mitspielern. Ja. So, und jetzt müssen wir abbiegen, nach Süden. Jetzt schon. Ja. Ah, die Wand kommt noch hinter uns. Ja, ich weiß. Hier, wir bleiben hier am Hang. Oder wollt ihr auf die andere Seite vom Kreis? Oh, Peter, musst du dann komplett durch die Europol durch. Das ist ja die Hölle. Nein, nicht die Europol durch. Da vorbei. Über den Fluss. Da unten. Ja, ich weiß, was du meinst. Ganz viel geballert. Ja, sag was, sag was. Wir sind schon im Kreis. Da hinten auf dem Berg würde ich mich hinhocken. Ja. Dann fahren wir da hin. Wir haben 8-fach und wir haben 4-fach. Also wir haben Sicht. Am besten Schüsse. Ohne Ende. Ja. Ich glaube fast, dass die in den Häusern waren. Wir müssen gleich über die Brücke. Leider. Yay, Bandai. Wir sind immer noch drin im Kreis. Das ist schon wieder ein neuer Kreis. Kreis. Wir müssen trotzdem noch über die Brücke. Die ist hier hinten. Seht ihr die? Ja. Ja, aber so weit auf den Berg kommst du nicht mehr. Der neue Kreis ist nicht mehr auf dem Berg. Naja. Pech haben müssen wir dann wieder über die Brücke. Beim neuen Kreis. Jetzt leck mich doch. Wohin denn jetzt? Okay, ich weiß wohin. Da oben steht ein Buggy gerade aus Osten. Osten? Lass ihn da stehen. Wo ballern sie denn da rum? Hier, hier. Oh, vom Osten. Da ist einer. Okay, von den Häusern. So, der fährt nicht mehr. Aber der ist nicht gekillt. Der ist tot, natürlich. Doch, doch, doch. Doch. Ah, Banzai. Oh, Gott sei Dank. Perfekt. Perfekte Landung. Und? Und? Weißt du was? Aussteigen. Aussteigen. Wir gehen da hoch und killen den Rest. Komm. An der Baumlinie lang. So, aufpassen, ne? Wo waren die? Wo war das? Bist du noch, wo das war? Und? Das müsste Osten sein, von uns aus gesehen. Im Nordosten höre ich aber auch geballert. Ich habe wieder überhaupt keinen Schutz hier. Ich muss weiter rüberkommen zu euch. An den Felsen. Seht leider niemand. Auch nicht. Wo war das denn, Mensch? Der Mist sagt. Oh. Ja, das war relativ nah. Ja. Oh ja. Kommen die verbunden? Nee, der war aus Südwesten, würde ich sagen. Doch gar nicht. Süden, Süden hat sich das bei mir eben angehört. Ich habe eben... Ich komme auch drumherum, ich komme auch drumherum, ich komme auch drumherum. Ich sehe 1, 60, 62, 63 Grad. Es sind sogar zwei Leute. Laufen jetzt weiter nach... Ja. Achtfachs Visier oder was drauf? Ja, ne. Ein Achtfachs Visier. Vierfach weiß ich nicht, ob ich ihn treffe. Der ist jetzt hinter der Wand. Hinter der Wand. Ey, schießt einer, wer? Ne, ich bin nicht. Ich habe ihn getroffen, zweimal. Der steckt in der Wand drin, der hat Probleme. Unterhalb ist auch noch einer. An dem Baum. In welchem Baum? Äh... 59, 58 Grad. Vor uns schon. Okay. Beide heute sogar. Kommen wir in unsere Richtung. Hab ich ihn ausgenockt? Sehr gut. Ich gehe mal weiter vor. Ja, und pushen. Wir müssen weg. Ne, die, die, die Wand. Ah ne, die Wand steht hier. Sehr geil. Ja, ja. Der Kollege muss noch da sein. Hab ihn. Hab ihn. Geh ihn looten. Geh ihn looten. Der war doch instant tot. Der rutscht runter bei mir. Moment. Ach, die Kiste steht aber immer noch oben. Ja, die Kiste steht oben. Jetzt hier hinter dem Hang. Was hat er? Es tut ja nichts besonderes. Helm, der kaputt ist. Ein Visier, irgendwas. Hier Zeug. Äh, Munition. Äh, Magazine. Kompensator. Hat er mehrere? Magazine 9mm und 762. Nein, noch Rotpunktvisier. Abgewinkelter Handgriff. Weiter das Magazin. Das kann ich noch gebrauchen. Die Kiste von einem Typen liegt hier. Ist auch nicht weit weg. Hinter der Wand. Hinter der Wand ist verrückt. Die Wand macht richtig übel Damage. So. Äh, lassen wir es. Das müssen wir gucken. Ja, wir müssen richtig weit davor. Müssen wir gucken, wie weit das ist. Ähm. Oh, das ist da unten an der Straße. Das ist richtig übel. Aber wir können den Hang noch nutzen. Bisher. Wir haben aber 50 Sekunden noch Zeit. Ja, wir müssen schon mal vorrücken. Hier in die Bäume rein, würde ich sagen. Bisschen. Gucken. Ich gucke nach links. Links. Kreis. Du kriegst schon im Westen. Scheiße. Da haben wir keine Deckung. Keine Deckung haben wir. Wir müssen andere Seite von dem Ding hin, ne? Scheiße. Damals. Doch hier unten. Hinter dem Auto einfach lang. An die Bäume. D. Die einhocken. Äh, der Kreis, äh, Südwesten, Südwesten, hinterm Baum direkt. Okay. Südwesten hinterm Baum. Kommt so ein Visier. Daffa. Aber ist noch nicht down. Die Wand kommt bei ihm. Ja, bei uns dann auch, ne? Nee. Wir haben länger Zeit wie er. Da kommt er. Da ist er noch raus. Antroffen. Immer. Ciao. 200 Grad. Läuft einer gerade auf den Berg runter. 200 Grad. Ja. Hinterm Baum jetzt. Hinter welchem? Und hinter dem Felsen. Oh. 100 Grad. So 100, was ist denn das? 180, 175. Hinterm Baum und hinterm Felsen. Ja. Ich lau vor. Ja, ich muss auch Gas geben. Bin drin. Hinterm Baum, hinterm Felsen. Hinter welchem Felsen? Na, scheiße sieht man jetzt hier nicht mehr. Die sind da unten in dem Loch drin, oder was? Ja. Aber die waren eigentlich hinter der Wand. Also bei mir kommen die Schüsse alle aus Südwesten gerade. Ja, Granate geflogen. Ja, ich. So. Wir müssen ein Stück weit, da sind die Scheißhäuser da drin. Ne, die sind nicht drin. Leck mich doch am Arsch. Da können auch noch welche drin campen. Ja, ich versuch. Wir haben keine Deckung, null nix. Andere Straßenseite zum Hang rüber. Ja, leckst du doch am Arsch. Das ist Mord. Guck mal, wie klein der Rad, wie klein der Kreis ist. Ich geh, ich geh, ich geh. Ihr auch. Ciao. Ciao. Auf dem Kreis sitzt drinnen. Pass auf, Miller. Da unten kommen die doch gleich. Ich gucke ja Richtung Süden. Hier über den Berg müssen wir gucken. Ja. Eigentlich auch hinter uns. Miller, die anderen. Würde sie nicht gewesen. Hier im Südwesten, wo ist der Stein und der Baum, wo die Typen waren? 400 Grad war das. Jetzt? Sag mir jetzt die Gradzahl. Ja, jetzt sehe ich. Jetzt sehe ich das. Du weißt doch noch welcher Stein, oder nicht? Doch, jetzt müsste das 150 Grad sein. Der Baum zumindest. 150 Grad der Baum. Okay. Ich bin drin, grad so. Ne, ich muss hier. Oh, leck mich am Arsch. Komm her, komm her, komm her. Komm her, Miller. Sonst bist du im Kreis. Ja, drinnen. Noch zwei Mann sind da. Zwei Gegner. Müssten wir schaffen. Cool bleiben, Leute. Ich bin am Hang bleiben. Ich sehe einen. Ja. Oder hin. Anzeige. Ich muss vor. Geht noch mal. Werfer, werfer. Werfer, weg ist da. Jawoll. Winner, winner. Chicken dinner. Chaka. So geht das. Boah, sogar alle drei überlebt. Sorry. Konnte die Grazer nicht mehr ansagen. Ich hatte den so schön im Visier. Und ich muss mich jetzt drauf konzentrieren, da auf den Typen zu schießen. Sonst wäre der hinterm Baum gerannt, weißt du. Ja. Dann suchst du die Grazer an. Oh, jetzt steht der hinterm Baum. Das muss ich jetzt nutzen. Boah. Chaka. Jo, definitiv. War schön. Sehr schön. Finde ich auch. War eine gute Runde. War eine sehr gute Runde. Sehr viel Spaß gemacht. Schön, schön, schön. Ja. Ja. Daumen hoch, würde ich sagen. Verbesserungstipps. Immer wieder gern gesehen. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Hab die Erde. Tschüss. Tschüss. Tschüss.